Hey Leute, ich bin's Benni vom Aquaporisten-Kanal und heute geht es mal hier rum, Tütchen. Und zwar haben mich ein paar Anrufe ereilt, ein paar Kunden, die ganz erbost waren, warum ich denn überhaupt keine Luft mit in die Garnelentüten reinpacke, wenn ich die verschicke. Ich glaube, die einen oder anderen werden es schon wissen, wir haben das, glaube ich, auf der Homepage stehen, haben da schon mal Videos zu gemacht, wie denn so ein Versand aussieht. Aber ich dachte, ich nehme das mal zum Anlass, über diese Tüten hier zu sprechen. Das sind nämlich Breathing Bags. Breathing Bags, atmende Tüten im Prinzip, frei übersetzt. Was bedeutet das jetzt? Wie der Name schon sagt, sollen die Sauerstoff aufnehmen und CO2 abgeben. Das heißt, es ist ein spezielles Material. Es gibt definitiv verschiedene Hersteller und auch verschiedene Materialien. Ich habe die selbst schon unterschiedlich in der Hand gehabt, bin auch noch im Kontakt mit einigen anderen Herstellern. Das hier ist jetzt ein relativ günstiges Fabrikat aus, wer hier oben die Schriftzeichen sieht. Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt wahrscheinlich aus China, aber es gibt ganz viele verschiedene Schriftzeichen und dann steht ein bisschen was auf Englisch auch noch drauf. Ja, da gibt es auch schon verschiedene Vergleiche. Ich werde das irgendwann auch nochmal anstellen, wenn ich mal ein paar andere Hersteller quasi da habe. Die habe ich jetzt erstmal, wollte ich immer schon mal machen, gucken, wie stabil diese Tüten eigentlich sind. Also ich kann hier ziehen, die dehnen sich ein bisschen, müssen die auch. Also man sieht das jetzt hier. Ich hoffe, ihr kriegt das, wenn ich ziehe. Die lassen sich also verspannen. Ja, so ein bisschen verzogen dann. Das heißt, die sind in gewisser Weise elastisch. Ja, dadurch, dass ich halt hier auch das Material dehnen kann, heißt, wenn ich da irgendeine Spitze, also ich kann jetzt hier meinen Finger reindrücken, der geht nicht durch. Das Material ist immer noch da. Da muss ich schon wirklich viel Kraft aufwenden. Das können wir jetzt mal machen. Also hier muss ich wirklich, ich schaffe es gar nicht. Da muss ich schon, so, jetzt kommen wir durch. Also man muss schon wirklich ganz ordentlich Kraft aufwenden, um so eine Tüte kaputt zu kriegen. Weil viele immer sagen, ja, so ein Breathing Bag, da ist ja nur so eine dünne Plastikfolie und normalerweise sind diese Fischbeutel doch viel dicker. Dann packt man das doppelt ein, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich so ein Breathing Bag habe, dann kann ich den nicht noch in so eine dicke Fischstüte reinpacken, als Schutz quasi. Weil sonst, ja, habe ich ja nichts gewonnen, weil durch die Fischstüte atmet ja nichts. Und wenn ich das jetzt nochmal in einen zweiten Breathing Beutel hier reinpacken würde, wäre auch blöd, weil natürlich je dicker das Material ist, desto weniger Sauerstoff kann er durch. Oder desto langsamer dauert das Ganze. Und desto länger dauert das Ganze, desto langsamer ist es, wäre das richtige Deutsch gewesen. Und, ja, da habe ich mir gedacht, probieren wir das einfach mal aus. Ich habe das jetzt hier wahrscheinlich schon eingeblendet, habe die mal ein bisschen getestet, auf den Boden fallen lassen, aus einem Meter Höhe überhaupt kein Problem, aus zwei Meter Höhe überhaupt kein Problem. Ein bisschen hin und her werfen, rollen, was auch immer. Ich habe das dann extra mal auf sandigem Boden gemacht, dass man auch kleine Steinchen und Stocker, und habe extra mal auf eine Kante geworfen. Da muss man sich schon wirklich anstrengen. Ich habe das dann irgendwann einfach mal hochgeworfen, so ungefähr dreieinhalb, vier Meter. Da ist es dann anscheinend auf so einen kleinen Stock oder auf so eine Kante draufgekommen, dass es dann so ein kleines Löchlein hatte. War aber immer noch, dass man sagen würde, okay, das ist noch prall gefüllt. Das würde ziemlich lange dauern, bis es da raus tropft. Also, wenn man jetzt nicht gerade drauf drückt, dann kommt natürlich was raus. Aber es ist jetzt nicht, dass es sofort platzen würde. Das wollte ich natürlich auch irgendwie mal hinkriegen, habe das noch wirklich hochgeworfen. Keine Ahnung, wie gesagt, so vier, fünf Meter. Und dann ist es tatsächlich zerplatzt. Aber das wird in der Regel natürlich nicht passieren. Also selbst der Postbote, der jetzt einen schlechten Tag hat und mal ein bisschen schüttelt, der wird jetzt nicht aus fünf Meter Höhe irgendein Paket runterfallen lassen. Insofern denke ich, dass die ziemlich sicher sind. Das Problem, was passieren kann, wenn ich die ganzen Dinger zuknote, da ist ja normalerweise jetzt natürlich das drin, aber ich verknote die eigentlich immer gerne. Und wenn ich jetzt natürlich hier Luft drin habe, dann kann ich den Knoten eventuell ein bisschen hin und her bewegen. Wenn dann von draußen sehr viel Druck drauf kommt, was eigentlich nicht passieren darf, weil wir haben das ganze Paket ja eingepackt, Styroporbox sollte eigentlich auch was aufnehmen, drumherum diese Styroporflakes, wie auch immer. Da sollte eigentlich nicht so viel Druck drauf kommen. Sollte trotzdem Druck drauf kommen, kann es eben passieren, dass sich der Knoten ein bisschen bewegt und dann entsprechend irgendwann löst. Das hatten wir bisher erst ein einziges Mal von, weiß nicht, tausenden Bestellungen. Es ist tatsächlich einmal vorgekommen, dass wir da die Rückmeldung gekriegt haben, der Knoten hat sich gelöst. Da muss also, ja, wahrscheinlich zwei Dinge, ich habe es nicht hundertprozentig zugezogen und es kam noch Druck drauf, dass sich das Ganze gelöst hat. So wird es wohl gewesen sein. Das ist jedenfalls was, wo wir gesagt haben, okay, das muss man auf jeden Fall verhindern. In Zukunft werden wir es wahrscheinlich oben drüber nochmal klammern. Wir haben da gerade so ein Gerät bestellt. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich dann drüber berichten. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und was auch passieren kann als quasi Problem, wenn die hier, die sind ja so ein bisschen rund zugeschweißt, immer rund, kennt ihr von den Fischtüten, dass ich keine Garnele oder kein Fisch irgendwo in der Ecke verkriechen kann. Wenn man das dann ausschüttet, bleiben die in der Ecke liegen oder wenn der ungünstig liegt, dass die dann da zerquetscht werden. Das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Deswegen haben die runde Kanten. Und wenn das jetzt hier verschweißt ist und es am Rand ein bisschen zu heiß wurde, weiß nicht, ein bisschen zu doll Druck drauf auf die Maschine oder so, da hatten wir das schon mal, dass es dann ein bisschen sehr dünn war von der Materialstärke, dass es dann da auch schon mal geleckt hat. Aber das merkt man eigentlich schon beim Einpacken. Da dürftet ihr eigentlich keine Probleme mit haben. So, jetzt habe ich so ziemlich alles, was potenziell passieren kann. Aber die ganzen Vorteile, nämlich, dass wir zum einen ohne Luft verschicken können, hat den Vorteil, dass wir kleinere Pakete nehmen können, für euch, die Versandkosten günstiger sind. Naja gut, das macht jetzt nicht so viel aus, aber für die Garnelen, und deswegen machen wir das Ganze ja auch, sollten die potenziell länger unterwegs sein können, ohne Sauerstoffprobleme zu kriegen. Einfach weil, wie gesagt, Sauerstoffaustausch mit der Luft da ist und das ist nun mal mehr, als ich so eine Tüte reinkriege. Und dann als zweites, viel wichtigeres meiner Meinung nach ist, ist, dass je weniger Luft ich in so einer Tüte drin habe, desto weniger kommt es zu diesem Schwappen. Wenn ihr eine Tüte, ich sag mal, ein Drittel voll macht, und dann Restluft, und bewegt das einfach nur hin und her, da schwappt die ganze Zeit hin und her. Die Garnelen, die haben da richtig Party, da ist ein riesen Sturm quasi im Wasserglas, in der Tüte, da haben die ja riesen Stress bei. Also ständig hin und her geschüttelt zu werden, das macht den Garnelen keinen Spaß. Das hatten wir ja auch schon mal im Video, kann ich da oben nochmal verlinken. Beim Eingewöhnen, wenn man die zu sehr stresst, weil es immer wieder neuen Impuls gibt, Wassertropfen drauf, oder halt beim Schütteln hin und her, da haben die super viel Stress, weil die jedes Mal rumschwimmen, sich wieder neuen Halt suchen müssen, und da irgendwie Panik haben, was da jetzt gerade los ist. Und wenn ich das komplett zu habe, und dann bewege, dann dreht sich quasi in der Tüte trotzdem noch was, aber die schlocken nicht so. Es geht nicht so ruckartig hin und her. Die Garnelen bleiben relativ entspannt auf dem Moos, was ich ja meistens mit reingebe, oder eigentlich immer mit reingebe, zum Festhalten einfach, bleiben da sitzen, Ganze wackelt hin und her, und den Garnelen passiert nichts. So, jetzt habe ich da relativ viel drüber erzählt. Wie gesagt, verschiedene Materialien. Ich glaube, es gibt durchaus noch bessere, als das, was wir aktuell haben. Im Moment kriege ich aber nichts in der vergleichbaren Größe und ausreichenden Menge. Da bin ich ja aktuell dran, noch Vergleichsprodukte zu organisieren. Aber ich bin mit denen soweit schon mal ganz zufrieden. Vielleicht bleibt es auch dabei. Vielleicht kommen wir noch eine bessere Variante. Ich habe da nämlich eine bessere Variante, die Originalen von Cordon quasi, die es früher mal öfter gab. Da habe ich nochmal angefragt. Bin ich mal gespannt drauf. So, ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid. Falls also Garnelen ohne Luft kommen und nur einfach in der Tüte, dann steht das sogar auf der Tüte drauf. Hier steht O2 in, CO2 out. Des Englischen muss man natürlich mächtig sein, weil es hier auch nochmal drauf steht. Ist für den Transport von aquatischen Organismen, Fische, Pflanzen, Garnelen steht jetzt hier nicht drauf, aber ist wasserdurchlässig, beziehungsweise nicht wasserdurchlässig, luftdurchlässig so. Und deswegen kann es komplett voll gemacht werden. So, ich denke, damit ist alles gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Tüten haltet. Ob ihr sagt, nee, ich will es trotzdem in einem Fischbeutel, das muss alles dicht sein und doppelt verpackt. Oder ob ihr sagt, ja wunderbar, genau so ist es richtig. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass es besser funktioniert oder für die Garnelen auch schon da ist. Stefan hat da seit Jahren Erfahrung mit und sagte auch, nee, das hätte er in dem Schüttelversand, nenne ich es jetzt mal, deutlich mehr Verluste gehabt als in den Breathing Bags. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, die auch nur noch für Garnelen zu verwenden. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.